Das einzige was ich über den Mythos sagen kann ist, dass viele Spieler behaupteten Mount Chiliad Schreie gehört zu haben, was ziemlich beunruhigend ist. Es gab auch Videos wo man angeblich Schreie gehört hätte, und man weiß nicht ob die reingeschnitten wurden oder nicht. Bei der Mission Badlands musste man einen ehemaligen Cop killen in der Kabine bei Mount Chiliad und viele behaupten, dass es der Geist von dem Cop ist, der dort rumspukt und rumschreit. Was vielleicht auch wahr sein kann, aber der Mythos sagt, dass es am ganzen Berg zu hören ist. Deswegen sage ich mal erstmal, ran an den Speck! Ich muss einen Mythos auf die Spur gehen! Kommt mit Leute, ins Abenteuer! So, hallo und herzlich willkommen zu dem Gameplay von Mount Chiliad Schreie. Und ja, ich hab' mir so gedacht, dass ich jetzt mal hier so am ganzen Berg mal so entlang gehe und ganz genau mir alles anhöre. Ich hab' die Musik auch ausgemacht. Wenn ihr irgendwas hört, sagt mir Bescheid und ich bin jetzt mal kurz leise und wir reden später wieder. Bis dann! Ich sage auf eine schöne Sprache! Ich schaffe euch jemanden! Ich piegelen den Blumenwung, wenn ich gerne habe. Ich schaffe euch mal an der schon mal! Vielen Dank. Verdammt, es wird beleid, ich konnte mich das nicht mehr zurückhalten. Ich habe mich das nicht mehr zurückhalten, ich konnte mich das nicht mehr zurückhalten. Alles was ich höre ist nur der Wind. Ich habe mich das nicht mehr zurückhalten, ich konnte mich das nicht mehr zurückhalten. Nicht aufregen, nicht aufregen. Nicht aufregen, nicht aufregen. Tut mir leid, das war nicht ein Mount Chiliad schrei, das war nur ich. Nicht aufregen, keine Sorge. Ich habe eine Waffe. Nicht aufregen, nicht aufregen. 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 Irgendwann hol ich mir ne Bazooka, irgendwann mal. Ihr könnt euch schon mal freuen, es wird irgendwann mal ein Let's Kill Some Fucking Ghost Brains kommen, ein Video. Und ich bin ab dem 28. in den Ferien, also ich bin dann weg, Urlaub, ich bin nicht mehr dann in Deutschland ab dem 28., bin dann für eine Woche weg. Und da werde ich mal kurz alles pausieren, was ich habe und nach dieser Woche Urlaub, ja, werde ich wieder anfangen Videos zu machen. Ich brauche unbedingt mal ein bisschen Freiraum, Tage und so zum Erholen. Also ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Schrei gehört. Ich höre nur den Wind. Ich höre nur den Wind. Ich glitsche, 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 glitsche. Ho, ich glitsche mich hoch. Ich bagge mich hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 What the fuck? Die Wolke hat mich gerade an irgendwas erinnert Boah Das sieht irgendwie aus wie Siehen aus wie Engel Oder so Wenn man das sich genauso überlegt Ach stimmt, es gibt ja auch so ein Engelmythos In Getherslanders Da soll es angeblich hier am Mount Chiliad Engel geben, die runtergehen Ich schätze mal Ich hab mal den Mythos mal geknackt Weil die Wolken sehen aus wie Engel Würde ich mal so sagen So grob geschätzt Oh, ist das Zell da hinten Okay, die AK-47 backt im Boden rum Ist auch nice Oh Oh, Steine Also ich hab jetzt keinen einzigen Schrei gehört Gar nichts Also ich hab nichts gehört Kein Schrei, nichts Verdammt Verdammt Verdammte Scheiße Komm her Boah Boah, ich hol mir irgendwann mal eine Bazooka Ich hol mir irgendwann mal eine Bazooka So, okay Dann würde ich mal sagen Das war's dann mal schon mal vom Mythos Und ich Fahr kurz mit dem Fahrrad wieder runter Was? Na ja, okay Das geht auch Ja Es war zu viel Spaß Okay, da habt ihr schon mal den Schrei von Mount Chiliad gehört gerade Boah Fuck yeah Wuhu Aus der Bahn, Bütches Der Meister kommt Momentchen mal Momentchen mal Aus der Bahn Ich bin hier der Meister ohne Bitch Ich bin hier der Meister ohne Bitch Ich schaff das Ich schaff das Oh Oh fuck Oh fuck Oh fuck Ah, hinter mir sind welche Schnell 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 Nein Nein Du wirst mich nicht überholen Verdammte Scheiße Nein Ich will erster sein Nein ich schätze mal ich darf die nicht töten na warte den anderen kriege ich noch okay dann kriege ich nicht mehr doch mal naja scheiße willst mich verarschen wo ist der püster wo ist der püster der gewonnen hat soll ich mal sagen was ich vor deine scheiß halte okay meine rechte maus das nicht packen würde ja so ich habe gewonnen scheiß ich würde sagen das war schon mal vom video gesehen zu meinem nächsten wieder bis dann ja 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 ja